Der Energieführerschein bietet Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren die Möglichkeit, sich zum Thema Energiesparen am Arbeitsplatz und im Alltag weiterzubilden. Das Seminar ist in die Themen Homeoffice und Leisure aufgeteilt, dauert dreieinhalb Tage und wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. Also mir gefällt der Kurs sehr gut, weil er abwechslungsreich ist, also man schläft nicht ein, man hat immer Bewegung und es ist sehr interessant. Ich mache den Kurs, damit ich erlernen kann, wie ich dann in meiner neuen Wohnung das alles viel energieeffizienter das einrichten kann. Also mein Vater zum Beispiel, der schaut oft Fern und schläft dabei oft ein, das sage ich immer. Schaut aus seinem Timerset, der zum Beispiel in einer halben Stunde dreht sich der Fernseher ab. Also ich würde diesem Kurs jeden weiterempfehlen, der etwas mehr über Strom sparen und Energie grundsätzlich lernen möchte und auch ein größeres Bild von der Umweltbelastung oder ähnliches bekommen möchte. Also den Unternehmen bringt der Energieführerschein, dass die zum Beispiel Lehrlinge sich schon einmal mit dem Thema Energie auseinandergesetzt haben. Die bringen dann ein Basiswissen Energie mit ins Unternehmen und vor allen Dingen haben sie das Thema Energiesparen im Fokus. Den Energieführerschein kann man auch ganz einfach von zu Hause aus im Selbststudium über die Website erlernen. Die aktuellen Termine der Energieführerschein-Seminare, Kursunterlagen sowie Informationen zu Kosten und Förderungsmöglichkeiten finden Sie unter www.energie-führerschein.at. Haben wir alle Fragen? Haben wir alle Fragen? Haben wir alle Fragen? Dann machen wir jetzt sowieso noch eine Frage. Wir haben das schon super gemacht. War gar nicht so leicht. Die Fragen wollen wir kontrollieren. Ja, das ist gut.